inka pause eine frau mit begeisterung und mitgefühl hofft ständig auf die wahre liebe für sich obwohl sie viele jahre mit alleinstehenden bauern auf der leinwand verbrachte glaubte sie immer noch an die wahre liebe und wartete auf ihren idealen mann bei der sendung bauer sucht frau international hilft inka pause weiterhin einsamen bauern ihr liebesglück zu finden obwohl sie viel zeit und energie in ihre karriere und die hilfe für andere investiert hat inka in ihrem privatleben kein großes glück in der liebe gefunden inka glaubt an die große liebe auf einen blick möchte wissen ob inka noch an die liebe glaubt auch wenn sie weiß wie schmerzhaft sie manchmal sein kann sie antwortete sicher ist es traurig aber man kann trotzdem die liebe seines lebens verlieren wenn man die liebe aus verlustangst meidet und sie hat einen süßen vergleich es ist wie ein traum jedes mal wenn ich aprikosen kaufe sind 90% davon pudrig hart oder sauer aber ich kaufe es trotzdem immer wieder in der hoffnung eines tages eines zu haben das lecker schmeckt und es sich lohnt dieses relativ kleine risiko einzugehen oder das richtige wort irgendwann wird sich die hoffnung definitiv auszahlen trotz vergangener misserfolge und herausforderungen glaubt inka pause immer noch an die zukunft und möchte die hoffnung auf die wahre liebe nicht aufgeben mit entschlossenheit und geduld sucht sie weiterhin nach dem richtigen mann der ihre freuden und sorgen teilt und eine vertrauensvolle und dauerhafte beziehung aufbaut